Freunde, in dem heutigen Video haben wir den neuen Teil von Poppy Playtime gespielt und zwar Project Playtime und da gibt es jetzt einen neuen Charakter und zwar Boxy Boo und vor ihm mussten wir entkommen und am Ende waren wir sogar selber Boxy Boo deswegen schaut das Video unbedingt bis zum Ende gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke und jetzt viel Spaß mit dem Video und damit kann auch schon das Abenteuer beginnen ah, jemand hilft mir, ich falle auseinander sammle die ganzen Teile ein, um das Spiel zu gewinnen okay, okay, okay na gut, das ist das erste Mal, dass wir Boxy Boo oder Bloxy Boo begegnen ähm, ich glaube der heißt Boxy Boo auf jeden Fall, das ist der neue Charakter aus dem, ähm, Poppy Playtime Teil also ich glaube das heißt jetzt Project Playtime schreibt unbedingt mal in die Kommentare ob ihr den Trailer zu dem neuen Poppy Playtime, ähm, ja, Spiel gesehen habt auf jeden Fall ist jetzt wieder eine neue Figur am Start und da vorne ist sie auch oha, okay, das hier ist also Boxy Boo und, äh, warte mal, was müssen wir überhaupt machen? wir müssen Kissen suchen 25 Stück, okay, okay, okay also das ist glaube ich so ein bisschen ähnlich gemacht wie Rainbow Friends ah, man kann sogar sprinten, okay, sehr gut so, dann habe ich schon mal zwei Boxen hier hier können wir nicht hoch okay, na gut, dann wollen wir mal alle Boxen einsammeln damit wir hier rauskommen können oh, so, oh, ich glaube man kann nur oh, eine Box nehmen okay, Moment mal so, hier raus und dann müssen wir die Box wohin platzieren ich glaube, hä? Moment mal hallo wo soll ich die Box hin tun, Mann? äh, vielleicht hier denn irgendwo? oha und, ah, hier muss man die hinbringen okay, ähm, sehr gut dann haben wir das hier jetzt hingelagert und so sieht Boxy Boo aus oh man, richtig, richtig cool also ich finde den echt cool gemacht aber Freunde, wisst ihr, was ich nicht so cool finde? meine Nase ist komplett zu ey, ich bin krank und ich werde hier von Boxy Boo verfolgen oha, das sieht schon echt cool aus hier äh, hallo Boxy Boo ich gehe mal eine Runde schwimmen und, yo, der, der geht ja noch im Wasser hinterher okay, das heißt Boxy Boo kann auch schwimmen so, wir müssen aber auf jeden Fall noch weiter die ganzen Kisten hier hinbringen in die Mitte mit der ganzen Lamy Army und, äh, der steckt fest äh, hä, hä, hä Tier Boxy Boo nein, oha oha, oh, oh, nein oh, 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 hat er ihn geklappt? oh, das war's mit ihm okay, ich sammle auf jeden Fall von unten weiter die ganzen Blöcke ein Tier Boxy Boo du bekommst mich heute auf gar keinen Fall so, wir haben insgesamt schon zwölf Boxen gesammelt und ich glaube, dann sollten wir es, ähm, nach draußen schaffen okay, wir können heute sogar auch selber zu Boxy Boo werden das wäre richtig, richtig cool okay, okay, okay aber, ich habe die anderen Poppy Plater Charaktere hier noch gar nicht gesehen also, Huggy Wuggy oder, ähm, Mami Longlegs die sind hier irgendwie nicht mehr im Spiel mhm, das ist ein bisschen sass, Freunde ähm, Leute ich glaube, Boxy Boo ist kaputt gegangen oder so oh, Mann, der ist auch gerade mal ein neues Spielzeug und jetzt, äh, kann er nur noch gegen die Wand hier laufen sehr gut aber, mein Freund, ich muss jetzt leider an dir vorbei denn, ich muss auf jeden Fall noch ein paar Blöcke finden es fehlen auf jeden Fall noch ganz viele insgesamt noch zehn Stück oha, okay, okay, okay mal gucken, ob sich, aha hier ein Block befindet tja, okay so, und jetzt fehlen nur noch neun oh, Mann, oha warum war der schon schnell warum war der so schnell bei mir oh, Mann und die ganze Lami Army ist auch schon tot naja, okay neue Runde neues Glück und, oha, Freunde jetzt sind wir das Monster wir sind jetzt Boxy, Bloxy, 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 Boxy Boo ähm, oder auch so und wir müssen jetzt die ganzen Spieler verfolgen und töten und die müssen natürlich versuchen zu entkommen aber die schaffen das niemals guckt euch meine Zähne an oh, ich bin so gefährlich und ich habe so einen Hunger auf die leckere Lami Army so, oh, mein Gott guckt euch das an wie nice ist das denn oh, hallo, Mann Nani komm zu Papa oh, ja, komm schon oh, und ja, da habe ich ihn let's go also jetzt macht das Spiel auf jeden Fall viel, viel mehr Spaß ja, okay wo habt ihr euch kleinerer Baum versteckt hä vielleicht hier ja, okay nee hier ist niemand okay sonst ist sonst ist hier wirklich niemand in dem Raum na gut ich gehe ja schon wieder weiter aha da hinten befindet sich jemand kommt zu mir ja, ja, ja erlaubt zu mir okay, okay, okay mal gucken wie lange ihr überleben könnt aber ich glaube nicht zu lange denn ich der gefährliche Boxibu werde euch alle fressen oh, oh, oh da ist wohl jemand in der Sackgasse hier kommst du nicht so leicht raus aha wieder, wieder da komm zu mir und ja warte ich verstecke mich hier einfach so oh, ha man sieht mich fast gar nicht so und komm her ja nein die ist mir einfach entkommen warte mal war hier noch jemand nee, oder oh, man ey, wie schlecht war das denn aha hier ist ja noch jemand komm her oh, die ja nein, nein, nein hä nein, nein, nein das kann nicht sein die ist nicht schneller als ich, oder die ist nicht schneller als ich die ist schneller als ich weil die das Lamy Cape hat oh, man ey oh, oh komm, komm nein nein ey, das ist unfair ihr denkt wirklich die läuft mir einfach in die Arme okay ich wollte gerade sagen ihr denkt wirklich, dass ihr von mir entkommen könnt aber nein niemals und komm her nein die ist einfach schneller als ich obwohl die hier sneakt ey, was machst du da oh man ey jetzt jetzt fangen die schon an mich zu trollen aber nicht mit mir dich hab ich let's go oh oh wen haben wir denn hier oh ich hab bis jetzt auch nur Mädchen gesehen aber jetzt zieh ich hier einfach noch ein paar Jungs okay Jungs ihr werdet es auf jeden Fall auch schwer haben nein er hat mich ausgetrickst oh dieser frechde Hax so keine Sorge dich hol ich mir natürlich auch so okay ich weiß ganz genau wo der ist der ist da links an der Säule Freunde wir sehen ihn ich geh jetzt so hier hin aber jetzt hier hin komm her ja ja ich hab ihn let's go und hä warte mal ah hier ist noch ein kleines Mädchen du denkst auch du kannst entkommen oder hä wo ist die hä die ist mir einfach durch die Beine geschwommen hey komm wieder zurück das ist unfair und nein ich ich kann die wieder nicht bekommen die ist ein Stückchen schneller als ich Freunde das ist unfair die können einfach noch spritten und guckt euch die mal an die schleicht die irgendwie von mir weg oh man ey die demütigt mich einfach aber wie gesagt Freunde die werden es trotzdem nicht bis zum Ende schaffen okay dich hab ich gesehen dich hab ich gesehen dich hab ich gesehen kleiner Bluecrab komm her komm hier in die Arme so oh man jetzt sprintet er wieder davon ey so und nein nein wie knapp ist er oh mein Gott nein er hat es so knapp noch geschafft ey das kann nicht sein hätte ich wenigstens als Monster fallen dann wär das ein bisschen spannender aber so ist es ja mal mega schwer als Monster oh 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 ich glaub das war keine gute Idee jetzt bist du auf jeden Fall in der Sackgasse haha und hier kannst du nix machen außer sterben yeah Leute guck euch das mal an wenn ich so stehen bleibe Moment mal dann mach ich mich einfach so als Spielzeug oh wie cool ist das denn okay okay hä wie bewege ich mich jetzt ähm keine Ahnung Freunde ich glaub ich bin äh ein verbuggtes Spielzeug aber ich will endlich dieses Mädchen hier auffressen komm her so aha da ist wohl jemand in der Sackgasse oder komm schon hä nein die schafft es einfach hä das kann nicht sein das ist so knapp ah ja ich hab sie aber nein das Spiel ist vorbei oh mein Gott aber das heißt ja auch ich habe nicht verloren weil die haben es nicht geschafft alle Kisten bis zur Mitte zu bringen und hier Lamy Army ihr geht hier als Verlierer raus okay und in dieser Runde versuchen wir auf jeden Fall aus diesem Ort auszubrechen so wir brauchen also ganz ganz schnell alle Blöcke die ganze Lamy Army muss jetzt mithelfen so immer wieder werde ich mir jetzt einen Block holen und in die Mitte gehen oh und ich glaube die machen das auch alle schon sehr sehr gut los Team Arbeit genau Lamy Army lasst uns gemeinsam hier als Team entkommen eine Kiste haben wir schon zwei Kisten okay okay Freunde hier links seht ihr auf jeden Fall wie viele Kisten wir immer gebracht haben so fünf Stück sechs Stück oha das geht richtig richtig schnell jetzt okay Freunde könnte es wirklich sein dass wir hier zum ersten Mal aus dieser Fabrik entkommen oh 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 wie alle mithelfen und da kommt auch schon Boxy Boo oh Leute lauf äh lol hier in dem Raum war ich ja noch gar nicht das sieht aus wie so ein Squid Game Raum hä wie cool kann man hier reingehen ne leider nicht ach man aber das erinnert mich irgendwie an Squid Game grünes Licht rotes Licht oh mein Gott okay 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 ähm ich hab schon verstanden ich muss oh nein oha okay 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 das ist auf jeden Fall kein Bot das ist ein echter Spieler weil der will mir den Weg abschneiden so aber nicht mit mir tja es ist halt mega einfach als Spieler wegzulaufen weil man halt sprinten kann das ist echt unfair aber tja Pech gehabt so hä war ich hier auch schon keine Ahnung Freunde die Map ist irgendwie noch viel größer als ich gedacht habe und als Team haben wir es auch schon geschafft 16 ganze Kisten zum Punkt zu bringen okay 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 das geht echt ratzfatz hier muss ich sagen so man kann hier noch nach oben gehen okay hier war ich auch noch nie ja das ist auch ein guter Ort um sich zu verstecken na gut dann wollen wir jetzt aber mal weiter ein paar Kisten suchen genau wir brauchen noch acht Kisten insgesamt oh da vorne ist eine nein Banani wird gerade gefressen das kann nicht sein oh nein ich muss verschwinden oh oh okay okay mich bekommt er auf jeden Fall nicht auch wenn er Banani gefressen hat ein Lami wird niemals zur Salami oder so keine Ahnung Freunde oh hier unten im Tunnel ist noch ein eine Box so und er kommt auch schon nach unten okay du gehst nach links ich geh nach rechts so wird er uns niemals gemeinsam bekommen und oh oh ich glaube ja er geht einfach zur Tür das ist gar nicht mal so gut Freunde wenn er jetzt einfach nur hier campt dann können wir natürlich nicht nach oben gehen aber oh oh ich glaube oh oh alter wie viele sind jetzt hier oh nein aber wir kommen nicht nach oben hey lass uns durch oh das ist gar nicht mal so gut Freunde so okay 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 nein oh man der versperrt mir den Weg ich glaube auch die Lami Army ist dem egal ich glaube der will nur den Anführer und zwar mich er will die Lami Salami höchstpersönlich aber er wird mich nicht bekommen ich muss wenigstens dafür sorgen dass die Lami Army hier rauskommt oh Gott oh komm schon wir müssen den irgendwie gemeinsam ablenken na komm doch zu mir komm zu mir na los er scheint auch komm doch alter okay 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 Moment mal ich muss jetzt endlich mal hier nach oben nein oh Gott oh Gott das wird echt schwerer als gedacht uns fehlen auch nur noch drei Kisten sie hat eine Kiste und ich habe eine Kiste und dann fehlt nur noch eine oh weia wir sind so kurz vor dem Ende und ja ja lol okay okay ich glaube er hat seinen Auftritt verpasst oder oh mein Gott okay das war richtig richtig knapp so die Kiste hier hin bringen jetzt fehlt nur noch eine Kiste na los wir brauchen die letzte Kiste oder nee warte mal die haben wir auch schon jetzt können wir entkommen aber durch welche Tür oha 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 wo ist die finale Exit Tür ähm okay wir müssen den Ausgang finden Freunde hier nee oder da da ist er let's go wir haben es geschafft und dafür müsst ihr auch auf jeden Fall dem Video einen Daumen nach oben geben das hat nämlich richtig viel Spaß gemacht aber Freunde das war es jetzt auf jeden Fall mit diesem coolen Video also liked das Video wenn es euch gefallen hat abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke dann verpasst ihr keine Videos mehr Links könnt ihr das letzte Video abchecken und rechts könnt ihr den Kanal abonnieren das solltet ihr auf jeden Fall beides getan haben ansonsten sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder und tschau creator ver powers g vers jeder avent Vielen Dank.